Wir haben heute das Drillings-Treffen gehabt. Das ist ein traditionelles Treffen des Ministerpräsidenten mit den Drillingsfamilien oder den Mehrlingsfamilien in Hessen. Immer wieder eine schöne Zusammenkunft. Ich habe große Freude den Kindern und ihren Eltern zu begegnen und für die Kinder habe ich eine Patenschaft übernommen, weil es natürlich eine echte Herausforderung ist, Mehrlinge in das Leben zu bringen.